Ja, bei mir, ich denke, ein überglücklich und sehr erleichterter Fabian Moos war bisher zwar die Punkteausbeule, trotz guter Spiele, guter Auftritt, da hast du ja immer wieder betont, nicht so toll. Kann man sagen, heute ist der Knoten geplatzt. Das hatte ich beim ersten Spiel gegen Anna auch schon gedacht, aber wir haben die Leistung der letzten Wochen wieder bestätigt einfach. Es war heute wieder ein sehr guter Auftritt von uns gegen die Salmrocher Mannschaft, die in der zweiten Minute hat einen Bicken liegen lassen. Wir hatten vorher, glaube ich, nach zwei Sekunden etwas 1-0 schon schießen müssen, aber ich glaube, wenn du 5-0 daheim gewinnst und endlich mal zu null spielst, kann man nur von einem super gelungenen Samstag reden und ich bin hochzufrieden mit den Jungs. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, Rene kam nicht so ins Spiel, aber das habt ihr dann auch einen Griff bekommen und ihr wart einfach auch gefährlicher und auch in der zweiten Halbzeit habt ihr es auch mit unglaublich Willen und Leidenschaft an euch gerissen, habe ich so den Eindruck, ne? Ja, das ist das, was wir in den letzten Wochen schon gut gemacht hatten, hatten es dann aber nicht geschafft, hinten konsequent zu verteidigen, haben dann auch immer wieder gesehen, wenn die Salmrocher unsere erste Presselegie überspielt haben, gibt es natürlich hinten dran auch ein paar Möglichkeiten. Wir haben es dann noch in der zweiten Halbzeit irgendwann noch ein bisschen gestärkt im Zentrum, haben auch ein bisschen anders angelaufen, aber allein der Wille, das war geil gewesen heute bei den Temperaturen, das hat Spaß gemacht und wie gesagt, ich glaube, wir haben noch fünf oder sechs ganz, ganz dick gelingen lassen, aber mit der Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben, Hut ab vor den Jungs. Robin, erst von der Bank gekommen, war noch nicht so weit nach der Verletzung oder wie sah es da aus? Ja, zum einen saß, zum anderen hat er letzte Woche auch dadurch dann auch zwei Spiele passen müssen, in der Zeit haben die anderen dann Körner gesammelt, heute waren es dann über 30 Grad und du siehst ja, du kannst jederzeit rein wechseln, der bringt seine Qualitäten immer wieder mit. Er hat Qualitäten, dem bringe ich wenig bei, der weiß einfach, wie man Fußball zu spielen hat und wenn dann nach vorne stattdessen Hanni Paolo soll mit dem Vogtentieren rumlaufen, Till Weber, ich glaube, dann sieht man schon, welche Qualität vorhanden ist. Till Weber auch angeschlagen raus, was war da? Ja, er hat in der ersten Halbzeit einen mitgekriegt und hat in der Halbzeit gesagt, ja, wenn er jetzt den Fall diesen Ehrgeiz zeigen würde, würde er nochmal aufs Platz gehen, so haben wir dann einfach gesagt, komm, das macht doch wenig Sinn, weil er einfach eine gute Bank hatte, um nachzulegen. Till hat der erste Halbzeit ein super Spiel gemacht, aber wenn ich sehe, Benni Haas, der dann reingekommen ist, der direkt dann zwei Buden macht oder Robin, der das dritte vorbereitet, von nahe, ich glaube, war es halt rundum gelungen. Für Benni Haas in Salmrohr immer besondere Spiele, ne? Ja, das war, ich habe es dir eben gesagt, das ist letztes Jahr nach seinem, nach anderthalb Jahren Pause nach dem Kreuzbandriss hat er letztes Jahr in Salmrohr sein, sein Comeback gefeiert und damals haben wir da 3-1 gewonnen und da hat er schon ein überragendes Spiel gemacht. Heute dann zwei, zwei Hütten, super Typ, es macht dann einfach Spaß und wenn die Jungs dann so zurückzahlen oder dann so auf dem Platz, ja, ihr Engagement zeigen, wenn sie reingeworfen werden, finde ich einfach sehr geil.